Wir brauchen ein Update unseres Bildungssystems. Der Friday ist ein Tag, der genau dieses ermöglicht. Vier Stunden frei von Curriculum, frei für die Fragen und Themen der Kinder und Jugendlichen. Ein Entfaltungsraum für all das, was an Herzkraft und Kreativität in unseren jungen Menschen steckt. Mit dem Buch will ich aufrütteln, sodass tatsächlich der Mut wächst. Komm, wir gehen jetzt auch mit. Lernen ist Leben, ist Lebendigkeit.